Wir sind die Generation, die alles will. Mit Luftschlössern im Kopf und Entschlossenheit im Herzen. Aber wo anfangen? So viele Fragezeichen. Zum neuen Job. Finanzen. Oder das neue Zuhause. Zusammen mit euch stellen wir uns euren großen und kleinen Herausforderungen. Jetzt in unseren How-To-Videos. Moin, ich bin der Arne und ich erzähle euch alles, was ihr als Studierende rund ums Wohnen so wissen müsst. Hi Leute, ich heiße Elif und wenn ihr Berufseinsteigende seid, so wie ich, dann habe ich die Antworten rund um Wohnungssuche und Finanzen.